So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir sehen zurück mit einer kleinen Infofolge wieder mal. Und ich weiß nicht, ob das gut ankommt oder nicht. Normalerweise sitze ich immer drüber im Schlafzimmer und habe die Softboxen vor mir, die blenden immer wie Sau. Und ich schneide dann immer den Handybildschirm rein, hin und her. Aber eigentlich ist es viel praktischer, wenn ich hier am PC sitze, den Bildschirm einfach vor mir habe, das Mikro vor mir habe, da einfach rein spreche und das einfach direkt, so wie ich es jetzt gerade aufnehme, hochladen kann. Da muss ich wenigstens nicht noch 20 Mal schneiden und exportieren und machen. Wir haben auf jeden Fall aber eine XXL-Ankündigung, wie es schon jeder gesagt hat. Bei mir ist das jetzt die 3XL-Ankündigung, die ist noch fetter, weil der Ramses ist ja auch im Video dabei. Und C-Chrom kommt, wenn man ihn so ausspricht. Genau, C-Chrom, C-Chrom. Ihr habt ja schon alle gesehen, dass Regierahmen nur bis zum 16. Juni da sein wird. Und er wird offiziell wirklich abgelöst jetzt von C-Chrom, wo ich sagen muss, den finde ich richtig genial. Ich kenne die alle nicht, wie gesagt, ich kenne nur Generation 1, aber Regierahmen, dachte ich, wird ultra krass. Jetzt habe ich ja schon meinen 100er-Glücks-Regierahmen, habe es auch schon gepusht, komplett. Und bin ein bisschen enttäuscht, kommt nur auf 4000. Ich dachte, der geht höher. Und zusätzlich, er sieht halt wirklich einfach aus wie so ein Suppenhuhn. Wenn der im Fangbildschirm ist und ihr werft den Ball drauf und er macht ein Geräusch, macht am besten, spielt nicht mit Ton, macht den Ton aus. Der hört sich wirklich an wie ein Goggle, der kräht und macht und ruft. Und dann sieht er auch noch so aus und wie der sich bewegt. Da sieht dieser schwarze fliegende Panda auf jeden Fall schon viel heftiger aus. Hat aber auch genau so einen komischen Schwanz. Nur halt in blau. Bei Regierahmen ist er ja, also leuchtet er ja rot, wenn er angreift, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Aber was haben wir denn? Der Juni bringt C-Chrom und vieles mehr. Bla 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 bla. Klar, der nächste Feldforschungsdurchbruch ist auch angekündigt. Und ich kriege die Motten, weil es ist Knacklion. Wer bitte packt denn da Knacklion rein? Ich meine, okay, es ist immer noch Corona-Zeit. Viele können noch gar nicht spielen. Habe ich auch gestern in den Kommentaren wieder gelesen. Ich soll auch Verständnis für die Leute haben, denen es nicht so gut geht wie in Deutschland. Woanders ist es noch viel schlimmer. Und wenn da jetzt was Heftiges drin ist, dann verpassen die das vielleicht alles. Deswegen lieber was nicht so Heftiges rein. Aber Knacklion mit zusätzlichen Bom-Bombs? Also, ich weiß nicht. Das ist ein Sea-Day-Pokémon. Jeder dürfte das eigentlich haben, auch als Shiny. Und ich glaube, die haben bisher noch nie ein Sea-Day-Pokémon in den Feldforschungsdurchbruch reingepackt. Da waren immer Legendäre drin. Oder Shinux war wenigstens ein cooles Pokémon. Was ihr sonst nur brüten könnt oder aus dem Raid kriegen könnt. Was es eben nicht wild gibt. Und was auf jeden Fall kein Sea-Day hatte. Und da Bom-Boms auf jeden Fall cool sind, weil man da vielleicht nicht so viele hat. Wenn man jetzt nicht das Glück hatte, das zu brüten. Oder wenn man keine Raids davon gemacht hat. Aber Knacklion? Sea-Day-Pokémon? Ich meine, gut, Evoli war auch mal drin. Evoli ein Sea-Day-Pokémon. Aber Evoli war ja wenigstens mit Blumenkranz drin. Und das konnte man am Sea-Day eben nicht fangen. Und viele sammeln eben diese Blumenkranz-Shinies und auch die Entwicklungen und alles. Das hat sich meiner Meinung nach dann irgendwo auch gelohnt. Da es ja was Besonderes war. Aber Knacklion? Man sagt schon gar nicht mehr Knacklion. Man sagt schon einfach Kacklion. Das war ja damals schon so. Weil das Pokémon so unbrauchbar ist. Dass es einfach Kacklion ist. Man lässt gerne mal das N weg. Also schreibt ihr mal rein, was ihr vom Knacklion haltet im Feldforschungsdurchbruch. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Kacklion. Also da fand ich Scheinux noch besser. Da fand ich selbst Evoli besser. Ich finde alles besser. Aber ich hau lieber heute meinen noch raus. Ich habe noch gestern gesagt, vielleicht warte ich ja, bis der nächste Feldforschungsdurchbruch kommt. Und dann öffne ich erst, damit ich schon das Neue habe. Aber jetzt wo ich weiß, es ist Knacklion, lasse ich das lieber. Ich werde mir lieber das Scheinux nochmal holen. Wenn es da noch ein Shiny gibt. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Oder ansonsten nehme ich halt die Bonbons für Scheinux nochmal mit. Für Scheinux, ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, noch einen Scheinux abzuholen oder einen Knacklion abzuholen? Was würdet ihr nehmen von den beiden? Wie findet ihr Knacklion? Schreibt es mal rein. Dann wie gesagt, am 16. ist das letzte Mal der Auftritt von Regiram. Das heißt ab 17. natürlich. Was ist das denn? Ach, das sind hier die Raidstunden schon, genau. Denn ab 16. verschwindet abends 22 Uhr also Regiram und Zekrom kommt in die Raids, was wir dann aber erst wieder frühs raiden können am Mittwoch. Beziehungsweise die Spoover raiden abends wieder. Und geben an, dass sie schon 20.000 Raids gemacht haben. Ramses wird am Mittwoch früh dann wieder losgehen, wird gucken, dass der da den ersten Raid wieder mitnimmt und hochlädt. Ist aber noch ein bisschen Zeit. Dann gibt es auch wieder drei Raidstunden mit Zekrom. Genauso wie es jetzt mit Regiram war. Auch drei Raidstunden. Die erste war ja schon. Die nächste ist dann halt nächsten Mittwoch. Die nächste ist dann danach. Und dann wird auch schon gewechselt. Ich habe bisher die Raidstunde noch nicht mitgemacht. Denn ich habe an dem Tag ja genau mein 100er Lucky bekommen. Deswegen war das für mich nicht so prickelnd, sage ich mal. Aber viele sind bestimmt gehypt, weil es eben was komplett Neues ist, was noch gar nicht da war. Auch wenn es natürlich sicherlich irgendwann wiederkommt. Auch als Shiny und man dann erst richtig loslegen könnte. legen die meisten bestimmt jetzt schon los. Denn immerhin ist es besser, als wenn Kobalium noch tausendmal kommt. Oder dann Viridium mit den beiden macht man halt wirklich gar nichts. Deswegen dann lieber hier mehr Pässe ausgeben, auch wenn es noch nicht shiny sein kann. Dann gibt es Infos natürlich für die Spezialforschung. Das lassen wir jetzt aber mal weg. Gucken nochmal, was hier steht. Es sind nämlich noch zwei Events angekündigt. Die Sommersonnenwende. Die haben wir schon so oft gehört. Wo dann gerade vermehrt auch immer Sonnenfell und Lunastein aufgetaucht sind. Und dann haben die auch die Region gewechselt. Und die Käferkrabbelei kehrt auch zurück. Also die Events haben einfach immer so einen genialen Namen. Die Käferkrabbelei gegen Monatsende. Die Käferkrabbelei passt aber natürlich dazu, wenn wirklich dieser Raid-Tag mit Pinsier kommt. Ist ja auch Käfer. Dass ihr eben die Käferkrabbelei habt. Und den Raid-Tag mit Pinsier dazu. Freitag der 19. Juni und hier Freitag der 26. Juni. Also kann man mal mitnehmen. Bis zum 24. Zwei Tage Pause. Und bis zum 1. Juli, also gegen Ende des Monats, habt ihr da noch was Schönes dabei. Vorher ist natürlich das auch mit der Forschung. Also hier die Nostalgie-Herausforderung. Champ und Feier zur Nostalgie. Je nachdem, ob ihr eine oder beide Forschungen macht oder euch kauft. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, die führen bestimmt noch ein neues Käfer-Pokémon ein. Ja, als Shiny. Und vielleicht gibt es ja dann Ladybar. Ladybar würde es sich doch bestimmt anbieten, oder? Ladybar? Weberrack? Irgendwie so ein Zeug. Das könnten sie doch reinhauen. Aber Sommer, Sonnenwende? Habe ich gar keine Ahnung. Vielleicht nochmal die Chance eben auf Lunarstein, Sonnenfell, irgendwas. Mehr ist ja glaube ich auch noch nicht bekannt zu den Sachen. Und die nächsten Rampenlichtstunden sind auch angekündigt. Am Dienstag, dem 2. Juni, gibt es keine Pokémon-Rampenlichtstunde, weil immer noch diese Serverarbeiten vom 1. Juni dann sind. Also in einigen Ländern würde das ausfallen. Bei uns hätte es hingehauen, aber das wäre ja dann unfair den anderen gegenüber. Wenn die anderen nämlich am Anfang Mist abbekommen und bei uns es okay wäre, dann geht das nicht. Das ist unfair. Wenn wir aber mit einigen Sachen zuerst dran sind, es in die Hose geht und die, die nach uns dran kommen, dann die verbesserte Version kriegen, dann ist das okay von Niantic. Das verstehe ich nicht, deswegen aber gute Sache. Lasst das mal ausfallen. So sind es wenigstens diesen Monat auch nur vier. Am Dienstag, dem 9. Juni, fängt es dann also an mit Nagellots. Plus doppelt so viele EP für das Entwickeln. Ihr habt also Nagellots und könnt entwickeln. Die besonderen Bonis sind natürlich dann nicht mehr da, also mit dem einstündigen Rauch, mit dem effektiveren Rauch. Jetzt weiß ich nicht, beim letzten Mal haben wir das von zu Hause aus gespielt, ob das diesmal noch Sinn hat. Wenn der Rauch nicht so effektiv ist, aber vielleicht reicht es ja trotzdem hier zwei Log-Module anzumachen, Unrauch, um so zu zocken. Ansonsten hat das mit dem Stream vielleicht doch nicht so viel Sinn. Nagellots gibt es ja wenigstens als Shiny. Ist ansonsten aber eigentlich kein brauchbares Pokémon. Trotzdem, viele finden das cool, feiern das übelst. Also Nagellots, okay. Kann man mal mitnehmen. Ist jetzt aber nichts Besonderes. Gibt es aber als Shiny, wie gesagt. Dann am Dienstag, den 16. Juni, habt ihr Kamau mit. Doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Das wäre schön zum Farmen, um Staub mitzunehmen. Man kann ja bei der Nagellots-Stunde prüfen, wenn man nur zu Hause sitzt, ob sich das rentiert. Ansonsten bei Kamau dann doch wieder rausgehen und eben mehr Pokémon mitnehmen, gerade für den vermehrten Staub. Das ist vielleicht sinnvoll. Kamau gibt es noch nicht als Shiny. Ich glaube auch nicht, dass sie das zur Spotlight-Stunde einführen. Denn bisher gab es ja trotzdem auch schon Pokémon, die in der Spotlight-Stunde waren, die kein Shiny waren. Wie Felilu zum Beispiel. Aber halt einfach nur vermehrt da waren. Also das heißt nicht, dass nur Shinies in die Spotlight-Stunde kommen. Oder dass alles, was in die Spotlight-Stunde kommt, direkt als Shiny eingeführt wird. Es gab es schon vorher. Es wird es jetzt auch so weitergeben, dass Pokémon drin sind, die halt einfach vermehrt sind. Aber das mit Shiny nichts zu tun hat. Aber ihr gönnt euch vielleicht den doppelten Sternenstab. Und Kamau an sich eigentlich trotzdem cooles Pokémon für PvP oder die Go Battle League. Am Dienstag geht es dann halt so weiter. Am 23. mit Pipi. Auch wieder doppelt so viele EP für das Fang. Also irgendwie haben die es jetzt mit den EP. Ist beim ersten dabei und beim dritten. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Dann hätten sie beim vierten wieder Staub machen können. Aber ich sehe schon, da gibt es dann wieder Bombel. Äh, Bombels. Da gibt es dann Bonbons. Nein, aber Pipi ist dabei. Und hier steht sogar der Extrasatz. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Pipi begegnen. Und das ist was Besonderes. Normalerweise gibt es ja Pipi nicht schillernd in der Wildnis. Normalerweise müsst ihr ja das Baby ausbrüten, schillernd und entwickeln. Da habt ihr aber die Möglichkeit, ein wildes schillerndes Pipi zu fangen. Das wird sicherlich viele interessieren, denn gerade die Babys als Shinies zu bekommen, ist immer eine schwerwiegende Sache. Manche haben da Glück, manche nicht. Das dürfte also interessant sein. Also Kamaub eigentlich interessant. Pipi interessant, sage ich mal. Nagelotz nicht so interessant. Gibt es aber als Shiny. Daher interessanter als der letzte. Der letzte ist nämlich am Dienstag, dem 30. Juni, das Zirpurze. Zirpurze steht im Rampenlicht. Ihr erhaltet doppelt so viele Bonbons. Ja gut, da ihr meistens nur Zirpurze fangt, habt ihr meistens dann also die doppelten Bonbons von Zirpurze. Zirpurze kostet 50 zum Entwickeln. Mit Zirpurze macht man an sich nichts weiter großartig. Zirpurze gibt es auch nicht als Shiny. Also ich finde, Zirpurze ist auf jeden Fall die schwächste Rampenlichtstunde. Ich glaube, Pipi ist die stärkste Rampenlichtstunde. Kamaub, die Zweitbeste. Dann wie gesagt Nagelotz ganz hinten Zirpurze. Fertig. Ihr könnt ja mal eure Reihenfolge unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Welche Rampenlichtstunde ihr am meisten feiert. Welcher Platz 1 bei euch ist. Welches Platz 4 bei euch ist. Eure Reihenfolge genau. Und natürlich freut ihr euch schon auf den neuen Fünfer-Raid-Boss im Juni. Ende Juni, Mitte Juni. Und was haltet ihr von Knacklion? Im Feldforschungsdurchbruch. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt, wenn das so passt. Und wenn die Community mitmacht, werde ich wahrscheinlich jetzt immer hier einfach am PC so ein paar News und meine Meinung dazu. Hat dann auch einen besseren Klang. Weil da ist ja das Mikro vor mir. Ihr kennt mich schon im Stream. Sitz ich ja auch hier. Deswegen können wir das eigentlich auch so machen. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.